Da gab es ein Fenster, von dem auch ich alles sehen konnte. Er ist ein Freund von mir. Frederic. Wusstet ihr, dass man an einem Tag 50.000 Gedanken hat? Ich denke an all die, denen ich nun begegnen werde. Und auch an die, denen ich schon begegnet bin. Auch an Frederic. Und irgendwann passierte mir eine Kränze. Die Kränze. Untertitelung des ZDF, 2020